Wir kommen zu Beginn unserer Reise gleich ins Salzkammergut. Dort bringt Sie die Wolfgangsee Schifffahrt von einem Adventmarkt zum anderen. Advent wie damals ist das Motto am Wolfgangsee und angefahren werden St. Gilden, Strobl und natürlich St. Wolfgang. In St. Wolfgang können Sie die einzigartige Salzkammergutkrippe mit über 70 lebensgroßen Figuren im Pfarrgarten besuchen. Weiters gibt es unter anderem ein Engelpostamt und Waisenbläser. Und wer hoch hinaus will, der fährt mit der Schafbergbahn bis zur Dorneralpe in 1015 Metern Seehöhe. Als Punschhütte dient ein weihnachtlich geschmückter Waggon der Schafbergbahn. Nostalgische Dampf- und Dieselzugfahrten gibt es im Pinsgau. Die Pinsgau Lokalbahn bringt Sie mit romantischen Fahrten durch die wunderbare Landschaft des Oberpinsgaus. Alle Mottofahrten und Abfahrtszeiten von Nikolaus über den Christkindl- und Winterdampfzug finden Sie auf unserer Website, nämlich der Website der Pinsgauer Lokalbahn. Vom Pinsgau jetzt in die Stadt Salzburg. Der Obus bringt Sie mitten in die Salzburger Altstadt zum Salzburger Christkindlmarkt. Der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz ist der größte und älteste Adventmarkt Salzburgs. Die Wurzeln des ehemaligen Tandlmarkts gehen ins 15. Jahrhundert zurück. In seiner heutigen Form gibt es den Markt seit 1974. Die Besucher erwartet ein fein abgestimmtes Angebot an Kunsthandwerk, Spielsachen, weihnachtlichen Geschenksideen und kulinarischen Gaumenfreuden. Und wem das noch nicht genug ist, der kann mit der Festungsbahn auf die Festung Hohen Salzburg fahren. Dort gibt es heuer den Adventmarkt im Burghof mit einer fantastischen Aussicht auf die Stadt Salzburg. Von der Festung können Sie über dem Mönchsberg spazieren und mit dem Mönchsbergaufzug wieder runterfahren. Mit dem Aalbooster Linie 25 kommen Sie ohne Parkplatzprobleme nach Helbrunn. Zur Adventszeit entsteht hier ein Märchenwald aus über 400 Nadelbäumen, geschmückt mit 13.000 roten Kugeln und Lichterketten. Kunsthandwerk, originelle Geschenkideen und kulinarische Spezialitäten erwartet die Besucher an den liebevoll dekorierten Ständen. I think I'll leave to you what to give a rest. Choose for me, dear Santa Claus, what you think is best. The tidings we bring to you and your kin. The tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas. Mit dem Albus kommen Sie aber auch bis zum Adventmarkt in St. Leonhard, zum Bauernadventmarkt in Glaneck, aber auch zum besinnlichen Advent beim Guckenthaler Kircherl. Wir bleiben auch gleich im Flachgau. Mit der Lokalbahn geht es vom Salzburger Hauptbahnhof nach Oberndorf. Beim Weihnachtsmarkt in Oberndorf steht das weltberühmte Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht, das vor 200 Jahren in Oberndorf erstmals gesungen wurde im Mittelpunkt. Der Weihnachtsmarkt am Stille Nachtplatz direkt vor der Stille Nachtkapelle zieht mit seinen liebevoll dekorierten Ständen Gäste aus nah und fern an. Alle Informationen und wie Sie mit der Salzburg zu den Adventmärkten anreisen können, finden Sie wie gewohnt auf unserer Website. Jetzt noch ein paar Jahre im Flachgaufer Kirchner 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 Kirchner